Ja, muss ich das Spielchen mal wieder treiben. So. Ja. Ja, die andere Spinne tastet gerade und wartet darauf, dass ich ihren Papa umbringe. Und da ist noch eine. Ja, aber die ist kein Problem, da wir jetzt hier ja strafen können und dann ist. Und Level-Ups gibt es auch noch. Yay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Zwei Punkte in Stuff Defense für Stuff Shielding. Was macht das? Old Champions Protection and Evasion. Hm. Ist schon mal okay. Feuermagie jetzt mal. Ja. Mehr in Feuermagie, dass ich hier Fiery Blast lernen kann. Oh, nebenbei. Erdmagie. Das kann ich noch nicht lernen. Jetzt kann ich aber zum einen Blades lernen. Und wirft Blades. Und Cure Poison. Remove the Poison Condition from Old Champions. Das ist auch nicht schlecht. Da brauchen wir nämlich schon mal keine Heiltränke mehr. Äh, Antigifttränke mehr. Naja, toll. Von einem Spinnraum in den nächsten. Äh. Vor allem kann ich die Tür so nicht mehr schließen. Dafür kann ich die schließen. Und die Spinnen jedenfalls die normalen sind ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe mir das Gefühl, hinter der Spinne lauert noch eine. Deswegen ziehe ich mich lieber noch einmal zurück. Jo. Dann schlagen wir hier mal Eier kaputt. Weil man weiß ja nie, ob unter den Eiern noch was verborgen liegt. Ja. Hey du. Und Level Up für den Erdmagier. So, damit kann er jetzt den Zauber sprechen. When casted a gateway point. Large glowing white port offensone by glass puns. Ja. Das ist okay. Soweit. Da muss ich jetzt mal gucken. Da hast du noch nichts Neues. Was ist mit Air Magic? Ne. Trotzdem kriegst du jetzt mal was. Oh, du könntest jetzt übrigens auch einen besseren Stab tragen. Nämlich den hier. Oh, du bist Ranger Equipment. Das heißt, du wirst gar nicht akzeptiert. Tiert. Ne. Au, aber ich habe hier einen Erdstab. Oder Spellcraftstab besser gesagt. Und Light Missiles werden zu Arcane Missiles. Cool. Die Light Missiles waren die hier. Light Missile kostet halt schon ein Stückchen mehr als mein Schock. Also das Doppelte. Aber ich glaube, das hier hat jetzt einen ordentlichen Wumms dafür, dass es das Doppelte kostet. Gib mir mal so eins. Jetzt möchte ich das mal nämlich rausfinden. Ja, hier sind Slugs. Boah. Das ist Schaden. Das ist definitiv Damage. Dodge. Das muss nur Treffen. So, Dodge bräuchte sie noch einmal. Jetzt kann sie nämlich Light Armor tragen. Kann ich hier zumachen? Nein, ich kann nicht zumachen. Das hätte ich nämlich gut gebrauchen können. hier zuzumachen. Und ich glaube, es wird dunkel. Nein, doch nicht. Ganz ehrlich, ich bin neugierig. Ich bin so neugierig, wenn mich der Gaias Garden hinbringt. Also, der Transport. Das ist nicht so gut. Trink mal sicherheitshalber den. So, das Vieh ist tot. Rückzug. Ja, ich bin zu neugierig. Das hier ist alles okay soweit. Aber hier kann ich einfach durch und bin wieder bei einem blauen Kristall. Da kann ich mich heilen. und bin ja auch gleich beim Gaias Garden. Oh, kacke, ich bin in Iktrasil. Kacke. Cure Poison brauche ich nicht. Oh, Mama. Der kommt hier nicht rein. Ja, wahrscheinlich weil der Gift ist. Ja, Cure Poison. Okay, cool. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Essen, essen. Ja, ich bin in Iktrasil. Okay. Oh, noch mehr essen. Ja, sehr witzig. Ich habe mich jetzt von da oben aus nach Iktrasil teleportiert. Eh, go. Hey, Okay, die grünen Pilzlinge, die gehen eigentlich einigermaßen. So. Oh, eine Giftschutzwurzel. Äh, was heißt Gift? Antigift. Gegengift. Hi, du. Und ein Level-Up für den. Vielleicht sollte ich mal auf Amos gehen. Für die 2 mehr Protection und die 15 mehr Lebenspunkte. Das ist schon mal gut. Noch eine. Und ja, hier ist ein komplett neues Design. Und ja, da wird wahrscheinlich der Ausgang sein. Ich bin fast versucht, mal eine Runde zu schlafen. Oh, ich schlage jetzt lieber hier das Ding ein. Oh, ich schlage jetzt lieber hier das Ding ein. Und das dauert nur wieder eine halbe Ewigkeit. Ja, vor allem mit sie mit der bloßen Faust. Und ja, hier geht's auf jeden Fall auch weiter. Und secret. es geht сюда. Es geht weiter. Gutspicle! Getschil! Gutschil! Gutschil, mein Schild. Gutschil. Gutschil. also ich habe diesmal eigentlich gar keine wahl ich muss mich zurückziehen irgendwo hin und rasten aber jetzt erst mal quick save und jetzt versuche ich mal ordentlich zu speichern so ich versuche jetzt ordentlich zu speichern dankeschön lp 0 18 so und dann sehen wir uns gleich wieder ciao